Herzlich Willkommen zurück zu DayZ Standalone Wir haben einen Spieler hier tatsächlich getroffen Und haben da wieder kräftig geballert Wie man an meinem Magazin sieht Aber die Sau hat es tatsächlich geschafft zu entkommen Der Curry hat ihn einmal richtig erwischt Wir nehmen die Jagd auf Hier muss er sich bandagieren, passt auf Dennis ist nicht so weit voraus Warum habe ich jetzt nur Warum steht bei mir nur Empfange, das kann doch jetzt nicht wahr sein Nein, du läufst weiter, du hast grad einen Mega-Lag Dennis Nein Schützt das Server ab? Pass auf, der muss ja irgendwo liegen in den Tannenmann Ja, ja Schützt das Server ab? Ne, bei mir ist noch alles da Ah, fuck Ja, ja, ist alles da Wo bist du, Bronzo? Hoffentlich tötet die Sau mich jetzt nicht Ich bin direkt beim Gleis Ah, ich lade nach gerade Ist mein Leck weg? Hallo? Ja, ja, du bist anscheinend wieder am Laufen Ja, da vorne läuft zickzack, ne? Ne, ich bewege mich gar nicht Ja Ich lade nach Ah, das war Bronzo dann So, wo seid ihr Leute? Weiter die Gleise hoch Einfach die Gleisen entlang Oh man, Mega-Lag Der ist jetzt hier irgendwo verschwunden in irgendeiner Tanne wahrscheinlich oder so Alter, Mega-Lag Curry, das bist du, ne? Ja Scheiße, ich hab euch verloren, Jungs Einfach die Gleise hoch Ich stehe jetzt direkt an der Gleise hier Ich lauf, ich lauf Oh man, der Leck im ungünstigsten Moment hier bei DayZ Da hinten, ich seh euch Konnt ihr da doch tatsächlich entkommen, ich glaub das nicht, ey Boah, guck mal, wie weit ich zurückgesetzt wurde, krass Aber der muss irgendwo liegen, Leute Das ist der Bronzo Wer läuft da die ganze Zeit hinten über die Gleise? Hier Bist du das Curry? Ich bin, ich bin, ne, 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 ich bin hier bei euch Da hinten ist die ganze Zeit einer über die Gleise gelaufen, Leute Da hinten? Hm? Okay, dann weiter, weiter, weiter 100 Meter Ah, jo, ich seh ihn Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen Ich seh ihn nicht Der lockt uns, Leute, der lockt uns Jaja, das kann sein Ah, rennt schon wieder drüber, rennt schon wieder drüber Den holen wir uns Curry, pass auf, ey Moment, ist das aber die Route, die wir weiterlaufen? Jaja, wir müssen eh in die Richtung Okay, pass auf Curry, ne? Das ist jetzt ein krass Nostop oder so am besten Boah, Alter Der ist grad wieder links drüber gerannt Die Drecksau Können natürlich gleich mehrere warten, ne? Also, schön vorsichtig Ja, ja, ja Nicht, dass der ein Lockvogel ist, Leute Jaja, klar Ich glaube, wir kriegen gleich einen herzlichen Empfang bei der See Sonst, was hast du jetzt grad für eine Wapp? Hast du grad deine AKS? Leute, ich bin auch auf dem Weg jetzt, ne? Super, wo bist du, Major? Super, wo bist du, Major? Ja, ich bin, ähm Oh, da kommt noch ein Spieler, warte, ne? Aber Curry läuft bei mir grad auf eine Stelle Warum? Wo ist der, Curry? Ich seh ihn überhaupt nicht gerade Ja, ich seh ihn auch nicht Der ist, Bronzer, links von uns müsste der sein Alter, dieses Spiel ist von der Performance her teilweise eine Kürze Alter, das ist grad so assi, ne? Ja, Curry läuft bei mir grad auf eine Stelle Ganz vergessen, Curry rausnehmen wir jetzt grad aus dem Spiel Bronzer, wir müssen das abchecken Ah, ich bin wieder da Okay, der ist irgendwo hier unten Links ist er runter gerannt grad, also links auf die Seite Ist da unten eine Flair? Der letzte, als wir den gesehen haben Oder ich den gesehen habe Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Major, wo bist du? Okay, Major ist grad afkar Okay, weiter Komm, Leute, Mann Ist diese Sau Muss doch hier irgendwo sein Zombie, Zombie, zu uns oder zu ihm? Hinter uns, wer ist da hinten? Guck mal, guck mal Dennis, da hinten ist er Wo? Da, da hinten, oder? Warte, noch nicht schießen, noch nicht schießen Ist das der? Ja, ne? Oh, ich seh da keinen Das ist der Curry Nein, guck mal, wir sind alle hier drei Da hinten ist einer, guck mal Mach mal den Zombie weg Da ist er, da ist er Was ist denn da? Er flieht, er flieht Achso, der fährt hier runter, oder was? Hat den Zombie gekillt Bin am Bluten Okay, warte, warte, warte Ich schieße auf ihn Alter, im ungünstesten Moment Hast du ihn? Boah, dieses Wackeln, ne? Ne, ne, er verschwindet hinter dem Berg Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht Das ist so assi, Mann Dieses scheiß Wackeln, ey Das kriegst du auf Ich hab ihn Nicht auf mich schießen, Leute, ne? Ich bin jetzt hier auch schon fast unten Dann kriegen wir den Typen nicht Ah, Leute, Leute, ey Siehst du, wo der lang rennt, oder was? Ah, ja, ich seh's, ich seh's Okay, warte Ich krieg ihn nicht, Alter, ich wackel zu sehr Ja, ich auch, das ist assi Warte, lass, 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 lass Das hat keinen Sinn Ja Der lockt uns, Leute Wer rennt ihm hinterher, der Bronze? Ich, ich, ja, warte Wir müssen ihn in die Zange nehmen Okay, ich bin nicht am Bluten Aber der Zombie kam im ungünstesten Moment Bronz, hast du ihm ein Visier? Boah, Alter, das ist so behindert Ne, ich kann ihn nicht treffen, leider, ey Voll die Hetzjagd mit dem Drecksack Ja, wenn dieses Wackeln nicht wär, das regt so auf Der lockt uns, Leute Das stimmt eben Ja, wir werden auch ablassen gleich von ihm Komm, wir gehen ihn noch paar Meter hinterher bis zum Zaun oben Okay, guck mal, er wird, er muss gleich dann die Erhöhung Dann können wir ihn gut anvisieren Er muss jetzt hier so einen Berghang hoch, weißt du? Ja, ich seh's Jetzt, jetzt hockt euch alle hin und dann go Da vorne kommt ein Spieler Ich treff den nicht, Alter, ich wackel zu sehr Ich renne weiter, ich renne weiter, ich renne weiter Ich kriege ihn nicht, ich muss auch weiter rennen Ich renne die Bahngleisen weiterhin lang Ja, fang ihn ab, Curry Ach, Leute Ich treff ihn einfach nicht Lass ihn, lass ihn, oder? Nein Server down Jetzt, Alter Da sind wir wieder zurück Server restart Server ist wieder voll Ich habe gerade mal vorbeigeschaut bei der Community auf Facebook Also nicht in der Facebook-Gruppe Ich weiß nicht, was die machen, ohne Witz Also vertraut mir da Ich weiß nur, ich weiß auch gar nicht, wie die Facebook-Gruppe übrigens heißt Naja, ich weiß nur, dass wir vorhin hier eine Konfrontation mit einem Spieler hatten Und Major, habe ich gehört, ist auch schon auf dem Weg zu uns Und will uns nochmal supporten Weil wir ja zwei Männer weniger haben, logischerweise Da die ja rausgeflogen sind Deswegen ist das meiner Meinung nach auch völlig legitim Äh, und jetzt müssen wir halt auch passen Ja, vor allem Vor allem, solange alle leben, dann kann ich auch wieder kommen Weil wir kämpfen gegen 40 andere, ne, okay, gegen 36 36 andere Leute, ne Ja Und, ähm, das zu viert Vor allem reden die auf Englisch mit uns teilweise, weißt So, äh, ich habe ja, dank meiner Super-Aimming Wobei mein Typ ja so gezittert hat Den einen Typen da absolut nicht getroffen Aber der lungert jetzt wahrscheinlich noch irgendwo im Wald hier Ja, Leute, wir können jetzt nicht nur hier an der Bahnschiene bleiben Wir müssen auch gleich dann mal südlicher laufen Hat jemand von euch einen Kompass? Wollen wir mal ganz kurz uns irgendwo in Sicherheit begeben Und uns irgendwie hochpushen mit Nahrung und so weiter Ja, boah, ich gebe den Bonn Ich gebe den Kompass Hier ist die Getreide-Dings, das Silo Das müsste doch das, äh, das hier sein Direkt an der Gleisschiene, ne? Ja, lass mal da reingehen Genau Machen wir uns mal ein bisschen falsch Und wenn wir jetzt hier südöstlich laufen, dann kommen wir genau nach Krasnostav Curry, setz dich doch noch am besten noch eine, äh Ich hab den Kompass hier hingelegt Achso Ja, wir müssen ja nur südöstlich laufen, ne? Wartet eine Sekunde, ja? Mh, okay Boah, Alter Mega-Session Als Gurtmacher, wir sind, äh, bei den Gleisschienen am Getreidespeicher Und das heißt, wir würden jetzt halt südöstlich laufen Und dann kommen wir auf die Straße, äh, westlich von Krasnostav Und dort würden wir dich dann treffen Wenn du das so schnell findest Ja, ja Ich finde schon Äh, Krasnostav finde ich, ja Hat jemand noch was zu trinken? Nee Ich hab leider auch nix mehr, ey Okay, wir sind jetzt auch noch verloren Alles verloren Survivor hier Ich hab auch noch ne Dose, kann ich dir geben Ich hatte aber noch mega viel trinken, habt ihr mich nicht gelootet? Doch, hab alles, aber reicht nicht Boah, ich bin noch voll am frieren Ja Wir laufen echt auf Reserve hier Okay Also wir müssen jetzt echt weiter Wir müssen unser Ziel erreichen Äh, okay Wo ist die nächste Stadt? Wie weit ist es? Bei uns hast du trinken? Ja, wir sind fast da Wir müssen halt jetzt nach Krasnostav Und wenn wir Krasnostav nochmal eingenommen haben Dann weiß ich ja nicht, wo jetzt das Ziel genau ist Das musst du dann gleich nochmal erinnern Also das Airfield ist das Ziel Wenn wir das Airfield erreicht haben Okay Und dann haben wir unsere Mission erreicht Wir haben einen Mann verloren Die anderen beiden kannst du ja nicht dazu zählen Weil die sind ja rausgeflogen Oder mussten weg Äh Nimm mal einen Salinbeck Curry Weil ich hab drei Stück grad hier in der Hand In der Hose Hm So, ich lad nochmal Hier geb ich auch nochmal eins Dennis Ich hab noch, ich hab Salinbeck Okay, super Ja, ich guck mal ganz kurz Ob es funktionssüchtig ist Hat noch hier jemand AKM Schüsse? Ne, ich hab echt nix Leider nicht 18 Schüsse sind hier noch drin Nur Mosin Die müssen dann sitzen Ja, und dann musst du sonst wieder auf die Mosin umschalten Nein, ich kann der Bronzili besser nehmen Weil wenn ich nachher switche Dann liegt die auf dem Boden Achso, ja, gut Dann gib mir erstmal die Mosin solange Dann mach ich jetzt AKS Ne, ne Ich geb dir die AKS Äh, die AKM wieder Ja, gib mir doch die Mosin Dann kann ich die wegpacken Dann können wir beide AKM spielen Also AK spielen Und falls irgendwas ist später Dann äh Kann ich die Mosin auspacken Oder so, weißt du? You know? Würde sie gut Okay, bealte Leute Wir gehen dann mal besser weiter hier Okay, weiter geht's Okay, next stop Point 5 müssen wir jetzt erreichen Okay, warte mal Also ich weiß nicht ob wir jetzt Warte mal ruhig Sorry, wenn ich dich so unterbreche Aber ich mein, ich hab Regen Leute, Regen gehört Bin mir nicht sicher Curry, rüste dich mal schnell aus Hab ich Hab ich, hab ich Lass mal abhauen hier Ist mir zu heikel, Leute Serverliste, ihr seht Sie ist wieder voll Bronze hast nen Kompass, ne? Bronze? Ja, ja, ich guck gerade Also wir laufen jetzt direkt südöstlich, ne? Südöstlich Ja, okay, kommt Hier lang Mich ärgert das so, dass der Typ grad so am zittern war Ich hab echt nix getroffen, ne? Es war so krass Ich weiß nicht ob wir jetzt richtig laufen Aber es müsste auf jeden Fall Kommt Okay, unsere Truppe zieht weiter So, oder? Trade Richtung, krass lost auf jetzt Auf dem Server gibt's nirgendwo Loot Nirgendwo Ne, natürlich nicht Obwohl, der ist ja eigentlich grad neu gestartet, ne? Ja, aber gibt nirgendwo Loot Alter, wie viele auf dem Server sind, ne? Krass Auch nen klaren DMOK Die Zombiejäger Da oben ist ein Schloss, da oben Ja, wenn wir alle sterben, dann ist natürlich die Challenge vorbei, dann, ne? Glaub, ich glaub, das Schloss da oben, wir sind richtig, ne? Wo ist ein Schloss? Äh Ah, da oben, wenn du da hoch guckst, dann siehst du einen kleinen Kasten Spieler Dennis verliert Verbindung Spieler Dennis verliert Verbindung Find ich das? Was bist du? Ja Ich bin ja noch da Ich lauf noch mit euch, bleib mal kurz Schien Curry Jaja, du lauf noch mit uns mit Hier Q und E, ne? Alles gut Mach ich Q und E gerade? Dennis 2 Ne, das ist Dennis 2 Ok, weiter Guckt euch nochmal da hinten die Stadt an, ne? Oh, da hinten ist die Mine Dennis Ja, ja Wart ihr da eigentlich schonmal? Ja, da bin ich einmal durchgelaufen Aber das ist jetzt nichts besonderes Pass auf, ne? Nicht, dass hier gleich jemand vor uns steht Dann hier Wir müssten jetzt bald auf eine Straße kommen Und dann, äh Müssten wir die Straße nach links quasi folgen Dann ist das die Straße nach Krasnosdorf, wenn jetzt gleich eine kommt Ok So, mal jemand sagen, die Folgen waren langweilig Also, um Gottes Willen Diese Session hat alles gehabt Forty Rounds C-Mac ist für, äh Für deine, für Majors Waffe, ne? Oder? Für die AUG, oder? Also, die AUG braucht auch M4 Schüsse So, sorry, äh, du hast mich gefragt, äh Was kommt da rein? Forty Rounds C-Mac hab ich hier noch im Inventar Ne, ich hab... Kann ich dir gleich noch geben Ja, kommen wir gleich mal checken Lass mal, äh Lass mal weiter M4 Schüsse kommen da rein bei mir Also, M4 Schüsse sind 5... 5... Irgendwas 5,6 Hm Genau, 5,5,6 Vornein ist das Schloss Müssen wir da drüber? Das ist doch dann der Berg Und dahinter ist, müsste Krasnov da sein, oder? Weiß es nicht, wo ist... Ich hab den Berg, hab ich jetzt grad auf der Karte nicht... Links, links hier Das ist ein Schloss So... M4 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 Kross Nostorf, Leute. Okay. Wollt ihr der Straße nach? Ja, wir müssen uns ja hier gleich irgendwo mit Major treffen, dann. Gott, 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 Gott. Ich denke mal, in der nächsten Folge gibt es uns die Mega-Überraschung, wenn wir ankommen. Wart mal ab. Oder wollen wir uns am Castle da treffen mit Major direkt? Das ist ja natürlich auch eine Idee, ne? Nee, nee, der soll ruhig da hinkommen. Wo vorher ausgemacht war. Okay. Boah, das wird jetzt gleich richtig krass. Also, kann auch sein, dass da nichts ist, ja. Aber erfahrungsbedingt, immer bei den Routen sind die am Schluss, die meisten. Und dann geht's ab. Kann auch sein, dass die sich alle gegenseitig über den Haufen geschossen haben. Man weiß es nicht. Wer weiß, wer weiß. Jetzt könnten wir uns auch unter die Menge drunter mischen, weil man ja gar nicht weiß, wer wir sind. Wobei die das jetzt wahrscheinlich schon gut miteinander kommuniziert haben. Hätten wir uns einmal umziehen müssen. Ne? Na ja, klar. Wir müssen ja nur heile dort ankommen und dann... Hast das schon irgendwie... Aber den Städten, die Performance, da kannst du tatsächlich nicht spielen. Das ist ja... Boah, das ist so zum Kotzen, ey. Ja. Da muss man sich echt mal irgendwie was ausdenken, dass man da halt nicht durch die... Dette läuft, was ja auch scheiße ist eigentlich. Weil eigentlich finde ich diese nördliche Stadt ziemlich geil. Mhm. Vor allem so ein Häuserkampf oder so, ne. Das kann man ja alles machen. Ja. Curry ist noch da, super. Also wir haben nur einen Mann bisher verloren, Major, der ja auch wirklich extrem krass gefeitet hat. Also wirklich die letzten beiden Folgen mal abchecken, die waren extrem, Leute. Also da haben wir echt gebettelt, vor allem der Major. Okay, hier vor uns das freies Feld, aufpassen. Aufpassen. Das ist jetzt gleich krass Nostov. Und da ist ein Hügel, ne. Ich will nicht sagen, aber... Warum, wir gehen mal hier links auf den Hügel, oder? Genau, da ist nämlich so eine Hütte. Ja, ja. Hat sein Kollege gerade, wo es liegt, übergeben wir den locker. Weil das Ding ist, ihr müsst bedenken, der eine Spieler, der uns vor dem Server Restart in die Quere kam, der muss irgendwo noch sein, weil der bestimmt nachgejoint ist. Ja. Man kann ja jetzt nicht wissen, wie er hieß. Passt auf, Jungs, passt auf. Ja, hier kann jetzt überall noch was lauern, ey. Aber wir sind ja jetzt halt in krass Nostov und dann sind wir ja auch schon fast am Airfield-Teil, ne. Ja, wir sind kurz vor dem Ziel. Also ich glaube, das Airfield wird wahrscheinlich nochmal zwei Folgen benötigen, wenn ich mir das so ausmale, wie es bisher war. Ne. Das, der Curry kann das immer berichten, wo der Leichenhaufen damals da lag. Oh, hier ist der Wachposten. Das ist im Haus, hier oben. Im Haus drin? Mhm. Achso, am Haus. Jetzt sind wir am Haus. Wo ist Curry? Da hinten. Direkt hier bei euch. Ich bin direkt. Ich hänge an euch dran. Okay. Ah, jetzt wäre es zu super, wenn ein Major hier wäre. Also jetzt müssen wir uns hier treffen. Können wir vielleicht warten oder so? Ja, wir spotten einfach mal ein bisschen. Wo seid ihr genau? Wir sind direkt links, äh, neben krass Nostov an diesem, äh, Ausguck, an diesem Wächter, Ausguck, da. Jäger, Stand. Curry. Dort wirst du uns direkt finden. Habt ihr denn was zu essen irgendwo? Boah, dann gar nichts mehr. Doch, ich hab noch Essen, hab ich noch ein bisschen was. Ich auch, ich hab Reis. Doch, ich hab noch Reis. Ja, weil, ähm, ich renne dann direkt durch. Ich bin schon am starven. Ja, ja, macht nix. Okay, Jungs, jetzt aufpassen, ne? Ungefähr? Wir sind in der finalen Todeszone. Also ich brauch ungefähr sieben Minuten, bis ich da bin. Über fünf. Ich lauf jetzt eigentlich einfach durch. Bist du näher am Airfield oder an der Stadt? Bin jetzt im Berizzino. Also das heißt, ich brauch so fünf Minuten bis zum Airfield. Und, äh, da ist ja auch krass Nostov, ne? Da lauf du zum, zum Airfield direkt, Major. Okay. Und wir machen das auch, Bronze und Curry. In dieser Folge noch. Und in der nächsten Folge treffen wir Major dort. Oder? Wo seid ihr denn jetzt hingelaufen? Ich sitze hier noch am Hügel. Bin hier, Curry. Hinter dir. Achso. Boah. Also ihr wollt jetzt zum Airfield laufen? Mhm. Und dort treffen wir Major. Okay, durch, krass Nostov durch dann, ne? Ja. Aber Freunde, dann wollen wir uns mal ins Verderben stürzen, ne? Also entweder gehen wir jetzt hier drauf oder das Ding rauf. Naja, wir müssen hier links rüber. The final countdown jetzt, ladies and gentlemen. Ich denke mal, wenn alles gut geht, die vorletzte Episode dieser Session. Und dann steht ja schon ein neues, neue Challenge an. Wenn ihr Ideen habt, wie immer gern in die Kommentare. Vielleicht wiederholen wir sowas nochmal gerne. Mit der Community. Also bis jetzt bin ich sehr glücklich, dass es auch keine Hacker gab und so. Kann man ja auch mal fairerweise sagen. Also super. Aber... Da war es Müll. Es spawnt ja absolut kein Loot. Okay, hier jetzt einmal spotten. Ja, genau. Hier spotten. Passt auf, ne? Lasst uns absprechen, wenn ihr weitergeht, ja? Mhm. Ja, ich stelle mich jetzt erstmal hier in die Tanne rein. Willst du deinen Dings haben? Deine Mosin? Oder ich... Ja, ja, gib mir die mal wieder. Gib dir die AKM. Man hört nur die Vögelchen zwitschern, aber man sieht nix. Ich hab sie doch vermischt. Wo hat sie... Wo liegt die denn? Hab ich hier rausgepickt einfach. Liegt hier direkt hier bei mir. Ajo. Aber hier sind überall die Türen auf, ne? Seht ihr schon, oder? Ja. Aber warte mal schauen. Pianohaus. Da vorne haben wir noch so ein Bürogebäude. Also ist sie nix. Nee. Ich hab grad jemanden rennen hören. Ich hör das. Ich hör mich auch bewegt. Schick. Oh Mann. Oh. Oh. Wer ist denn hinter uns, Alter? Ich hab doch grad gesagt. Hallo. Scheiße. Ja, einer ist dahinter uns. Sollen wir mit ihm reden? Hallo. Ich stehe hinter uns. Marvin. Schießen oder nicht schießen, Dennis? Schießen. Dennis, schießen oder nicht schießen? Wenn du kannst. Auf Kommando. Warte, warte. Ich bin tot. Fuck. Ey. Ich hätte nicht schießen dürfen, Leute. Die haben auf mich gezielt, Mann. Ey. Ihr habt doch gesagt, schießen, Mann. Ich hab gesagt, auf Kommando, Bunze. Beide tot? Ja. Hast du geschossen, Dennis? Nee. Aber einer ist tot. Der eine ist tot. Hier ist noch jemand. Der andere ist da noch. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hast du ihn? Ja, super, super. Ja, dann. Da sind uns jetzt die Nerven durchgegangen. Die zieht Currysleiche aus und deren auch. Deine Sorgen, ich loote. Okay, einer liegt da unten. Ja, sorry, Alter. Ich hab zu früh geschossen, Mann, ey. Ich hab gedacht, irgendwie, dass ihr habt. Einer von euch hat auf jeden Fall einen von den anderen noch im Blick. Ich hatte den rechten, den weißen. Also, die haben beide hinter mir, beide. Scheiße, ey. Wie gesagt, zieht einfach deren Loot aus. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Curry, du hattest ne Mosin, ne? Ja. Okay, dein Jacket ist kaputt. Hose ist kaputt. Hattest du PU-Scope? Zwei Stück? Ja, ja. Ich hab alles. Okay. Longscope. Ich lege die Sachen. Soll ich die Sachen einfach hier liegen lassen? Bandagen. Mächer? Wie bitte? Soll ich die Sachen einfach ausziehen und hier liegen lassen, ne? Ausziehen, ja, ja, genau. Aber wenn ich's rausziehe, passiert nix. Ja, das kommt nach ner Zeit immer. Ja, das ist ein bisschen buggy. Alter, die standen hinter uns. Gut, jetzt ist halt Problem, ne? Bei uns sind wir nur noch zu zweit. Ich kann die Sachen nicht rausziehen. Ja, ich würde an eurer Stelle, wie gesagt, die Stellung halten, bis Curry und ich da sind. Karsten Osloff ist nicht weit weg. Guck erstmal, was ich weiß, sonst geht ja auch drauf. Okay. Ich kann nix rausziehen, Curry. Das musst du selber mal checken. Ich kann nix machen. Ich zieh's raus, es passiert nix. Selber checken ist lustig. Du läufst da wahrscheinlich gleich hin. Wir haben aber nicht gecheckt, dass wir das waren. Hast du das gemerkt, Bonze? Aber wir hätten erst... Du hättest auf meinen Kommentar, du warst zu voreilig. Aber ist egal. Ja, es tut mir leid, Mann. Ist nix passiert, alles gut. Der eine hatte sogar nur die Shotgun. Ist nix passiert. Ja, aber wir sind nicht alle draufgegangen. Es hätte auch anders ausgehen können. Ja, aber ich dachte, ihr habt hier irgendwie auch im Schussfeld oder so. Bonze, zurück da, wo wir waren. Wieder hoch. Wieder hochkommen. Ja? Okay. Boah, dann kannst du auch nicht ausziehen oder so, oder? Das geht einfach nicht, Leute. Das lohnt sich nicht. Das geht halt nach einer Zeit. Sag ich ja, das ist buggy. Bonze, komm wieder zurück hoch. Scheiß drauf. Lass das, lass, lass. Ich bin raus für heute, Leute. Ich bin Solnichni. Ja, ich war auch ein Solnichni. Schuss, Bonze. Schuss, Schuss, Schuss. Ja, komm zurück, Bonze, komm her. Ja, ja, ich bin hier weg, ich bin hier weg. Komm hier hoch, wo ich, wo wir vorhin waren. Bin ich doch. Wo? Schon wieder ein Schuss, aber nicht auf uns. Bist du das hier, Bonze? Ja, ja. Ich seh dich nicht. Wo denn? Ich hab jetzt ein Dings auf. Hier ein Tarnkorb hier. Das bist du hier. Okay. Pass auf, Alter. Wir müssen hier weg, Mann. Wir können hier aber stehen bleiben. Ja, wir gehen jetzt weiter zum Airfield. Wir müssen hier weg. Okay, weiter, weiter. Kann der Major sich den Loot holen, wenn er will. Von Mosin und alles. Liegt der Major. Okay, wo genau steht er? Boah, hier, warte mal. Hier ist ein mega Schusswechsel. Alter, ist der Action, Mann. Ja, Leute. Die große finale Folge, vermutlich, seht ihr dann morgen, äh, sorry, übermorgen um 18 Uhr. Also, das war jetzt ein mega Missverständnis, was hier passiert ist, aber da müssen wir durch, passiert, ja. Ist jetzt alles halb so wild. Äh, tut mir leid, tut mir leid. Ist egal, ist egal. Bis zur nächsten Folge von Let's Play DayZ Standalone übermorgen 18 Uhr. Boah, ich bin so angespannt. Ciao.